So Freunde, da sind wir wieder zurück bei Let's Play Red Dead Re... ...Dämpchen 2. Hm. Kann man die mit einem Lasso holen? Kunde. Gucken, ob ich einen finde, der näher am Land ist. Hier vielleicht, der da. Na Bro? Ach, die tauchen ab, lol. Okay. Ich kann ja mal probieren, ob ich den theoretisch mit einem... ...WTF? Okay, das geht nicht. Ja gut, egal. Dann... ...Scheiß drauf. Ich glaube, die muss man dann einfach töten, wenn die an Land sind. Komm mal her, Pferdchen. Ach, du bist hier, lol. Okay. Ja, gut. Dann stecken wir mal ein. Wo bin ich denn jetzt gerade? Au. Okay, ich hab hier und hier schon... ...Aber hier gibt's nur noch einen Saloon. Einen Heeler kann ich bestimmt nicht ausrauben, weil sonst will der nichts mehr mit mir zu tun haben. Geht's hier nach unten noch weiter? Keine Ahnung. Aber wir reiten mal hier zu dem Stall und gucken mal, was es hier alles gibt. Vielleicht gibt's ja auch noch mehr Zeug. ...und dann zurück nach... nach Valentine. Was ist denn sein Problem, Alter? ...Santin... ...Lol. Laber doch nicht, Alter. Frechheit. Ey, Pferdchen, alles gut. Dokument untersuchen. Ups, jetzt hab ich's weggepackt. Äh... Es war auf jeden Fall irgendein Räuber hier. War das das hier? Brief der... Ah, hier. Okay. Kann ich mal kurz lesen, wie macht man das eher? Lieber William, ich will dir nur kurz... ...hier aus Kansas mitteilen, dass unsere Angriffe auf die Jayhawker in Lawrence erfolgreich waren. Seit wir zu diesem Feldzug aufgebrochen sind, gab es eidliche Tage, an denen ich zweifelte, ob es wirklich einen Gott gäbe, der uns liebt. Aber heute... ...habe ich wieder einen Funken Hoffnung. Man nennt sie uns... ...Le... 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 ...Wir werden unsere gute Sache hier in Leon anrekrutieren. Wir werden durch eine Reihe unterdrücken... ...Geschichte ist noch nicht beendet. Wir werden sie unterschreiben. Im Finstern ist es nur kurz bevor die Sonne wieder aufgeht. Okay. Naja, gut. So, wo ist jetzt sein Pferdchen hin geraten? Okay, sein Pferd ist weg. Man kann die Satteltaschen durchsuchen, aber das hat noch nie so geklappt, wie ich sollte. So, wir sitzen... Na, der Hut ist ja scheiße. Easy girl. Uh, was denn das hier? Hä? Ich glaube, ihr seid auch so Räuber, hm? Das können wir nicht akzeptieren, sowas. Alter, ich hebe immer aus Versehen die auf. Statt, äh... So... Was habt ihr denn so alles am Start? Was denn das da ist? Ist das ein Sack? Auszeug? Nee, das ist ein Hut, lol. Mal gucken, was die in den Satteltaschen haben. Ich will mal wissen, wie man das macht. Kann ich hier die Pferde beruhigen einigermaßen? Komm, alles gut Pferdchen. Alles gut. Kann ich dich hier beruhigen? Easy girl. Ja, bist ein gutes Pferd, ne? Kann ich deine Satteltaschen durchsuchen? So. Ein Dollar. Und hier. Wirklich viel. Na, Pferdchen. Alles gut. Alles gut. Komm, beruhig dich wieder. Beruhig dich. Alles okay. Okay. So, dann nochmal. Aua, Alter. Ah. Ah. Frechheit. Nein, ich will das Pferd nicht erschießen. Ich wollte das Inventar aufmachen. So. Okay, dann lässt du mich hier untersuchen. Arznei. Ein bisschen salzenes Wildfleisch. Okay. Kann ich das Pferd auch untersuchen? So, guck mal, da kann ich Kann ich nicht sehen, was das für ein Level hat hier? F1 Kann ich sehen, was das Pferd hier für Okay, es ist nicht so schnell Okay Ich finde es schön, dass man die Leute grüßen kann Und so beim Vorbeireiten So Na, schade, ich wollte den auch grüßen Hat nicht ganz so geklappt, wie geplant Oh, was haben wir dann hier? Level 2 Oh Gott, das ist um den Pfahl gewickelt Ach, nein Ah, Pferd Fuck Wo ist der hin? Fuck, wo ist der hin? Dein Ernst? Wow, Mann, ey Ich hatte ihn doch Ach, was haben wir denn hier, Bro? Bist du auch so ein Stalltyp? Kann ich mit dir nicht handeln? Stallbesitzer Kann ich mit dem hier nicht handeln? Oder ist hier zu spät? Aua Ich kann hier scheinbar nichts machen, so Na gut Was haben wir denn hier? Kopfgeldjäger Habe ich ein Kopfgeld? Ich habe wohl nirgends ein Kopfgeld gerade Oder außer in Außer hier Wieso ist das hier geschlossen? Wofür haben wir denn Kopfgeld jetzt? Hä? Hallo? Hallo? Ich weiß nicht, wofür das Kopfgeld sein soll, alter Was für ein Kopfgeld denn? Was für ein Kopfgeld denn? Äh Unglaublich Unglaublich Okay Wohin will ich denn jetzt? Ach, deswegen konnte ich hier beim Stall auch nix machen, so wie es aussieht, ne? Okay Okay, was machen wir dann mal als nächstes? Ich meine, ich könnte hier das hier mal machen RS, okay, wir machen mal RS gerade Was haben wir denn hier? Ein Fuchslevel, kann ich das sehen, was für ein Level der hat? Jetzt wahrscheinlich kein gutes mehr, ne? Weil ich drüber gelatscht bin Naja Wir reiten mal zu RS rüber Gucken mal, was wir da machen können Ich meine, ich muss demnächst dann halt auch nochmal gucken, was, äh, ob die Mission da drüben dann demnächst irgendwann mal geht Also die, äh, JE-Mission Weil ich weiß halt echt nicht, was ich sonst machen soll, ne? Und hier ein kleines Lager wieder Verraten die mir hier irgendwas? Ne, ne? Okay Zack, Junge Zack, 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 zack Und tschüss Bam, Junge Hehehe Ah Kann ich eigentlich auch, wenn ich hier beide nice wegstecken Wuhu Okay Dann gucken wir mal, was die Boys dabei hatten Ah, diese Folge war echt nur Leute ausrauben hier irgendwie, ne? Ich muss ja mein Geld wieder machen Äh Was haben wir dann hier noch, Allah? Ist das hier irgendwas, was ich nehmen kann? Ne, ne? Nichts aus den Kisten oder so? Ne Hä? Willst du mich verarschen, Alter? Nein Ich will hier die Leute aus, ausnehmen Okay, weißt du was? Äh, ich hab ja So Kannst du mal hier einen Davon nehmen gerade Und dann können wir hier oben den wieder einpacken Naja, das wollte ich nicht Aber wie man aus Flug der Karibik weiß, ne? Größerer Hut ist besser So Scheiß, Old Drisco, Alter So Da liegt auch noch ein Brief oder ähnliches Ich nehme hier auch nochmal gerade aus der Kiste hier Ach, Mann, ey Aus der Kiste hier alles mit Nein, Alter, da macht hier irgendwie nichts, was ich will, ne? Ich hab grad Spaß, ey So Wie wär's, wenn du hier mal stattdessen die Kiste ausraubst? Untersuchen So Ist nichts drin, was ich nehmen kann Okay Und hier Waffenöl Bisschen Munition Kokain-Kaugummi Kann ich nicht nehmen Hier ist auch nichts mehr so Okay, dann gucken Wobei doch da unten diese kleine Kiste, ne? Die können wir noch nehmen Oder gucken zumindest So Mal gucken, ne? Bisschen Brandwurzel Pistolen-Munition Okay Und hier haben wir auch noch ein bisschen Shit immer, ne? Das Essen kann ich auch nicht nehmen Krass, okay Wir sind also komplett voll hier Mann, das ist so ein Ding, ne? Das ist hier nur so ein Camp Und die haben hier ein Fass voll mit Essen stehen Oder voll mit Wasser, meine ich Aber ich hab einen noch nicht ausgenommen von denen Aber egal, gut Ähm Aber was machen die dann, wenn die das Camp bewegen wollen? Dann haben die einfach gelitten, oder was? Ach, ich wollte ja zu RS hin So Oh lol, was ist das denn? Ach, das ist ein Bison Kann ich den schießen? Ja, ne? Aber der frisst wahrscheinlich ohne Ende Oder kann ich den vielleicht mit dem Lasso holen sogar? Aua Oh Oh, okay Ne, kann ich nicht Pferd Wo ist er hin? Da Okay Gucken wir mal, ob wir den kriegen Kann ich hier nicht mehrere Dinger? Komm Und ich weiß Man soll auf die nicht schießen Weil die ausgestorben sind Aber ganz ehrlich Hallo, bleibst du auch mal stehen, Aller? Okay, ich glaub das reicht Ich glaub das reicht Ich glaub das reicht Okay Okay Ähm Häuten Ich kann den nur häuten Ich kann nicht das ganze Ding mitnehmen Natürlich nicht, weil es viel zu groß ist, ne? Okay Na Bisonfell schlecht Okay, das heißt Das kann ich nicht im Lager abgeben Für Eventuelle andere Sachen Okay Okay Okay, dann gehen wir mal zu RS Die ganze Folge auf dem Weg gewesen Und nichts geschissen gekriegt Oh Gott Da ist auch ein M Vielleicht kann ich für Marston was machen Hier ist die Hier hat die ganze Geschichte angefangen Wo ich aufs Maul bekommen hab Mit dem ganzen Kopfgeld und so Freunde, ich würd sagen In der nächsten Folge gehen wir da rein Und gucken, was hier abgeht Ich bedanke mich fürs Zuschauen Hoffe ihr hattet Spaß Bis zum nächsten Mal Und tschüss Bis zum nächsten Mal